Hallo liebe Zuschauer, ich bin Alex mal wieder. Ihr habt ja lange nichts mehr von mir gesehen oder gehört. Das liegt ja daran, dass auf diesem Kanal es ja keine Let's Race mehr gibt. Denn das Programm habe ich ja eingestellt. Für manche vielleicht ein Schock, für viele auch ganz egal. Viele Zuschauer gab es nicht. Einer der Gründe, warum ich es aufgegeben habe, aber ich möchte euch trotzdem Content bieten. Das heißt, es wird jetzt ein neues Programm auf diesem Kanal geben, mit einem neuen Konzept. Denn eines, zumindest der Nachfolger, eines meiner Lieblingsspieler ist jetzt erschienen. Eine meiner Lieblingsserien. Und damit meine ich... Nee, wobei eigentlich klingt es ja jetzt so. Ja, was soll es, wie auch immer, wem es gefällt oder nicht. Trotzdem haben sie ja eine Menge vorgestellt. Battlefield 4, ich auch. Und viele spielen es zur Zeit. Und ich möchte euch meine Eindrücke schildern. Ich möchte euch sehen und zeigen. Dieses klassische Let's Play Programm wird es jetzt nicht mehr geben, aber es wird einfach ein Videoprogramm geben. Ich möchte so jede Woche ein bis zwei Videos nicht mehr hochladen von Battlefield 4. Und zwar werden das auch Let's Plays sein, aber nur mal ab und zu. Ansonsten vielleicht Commentaries, Tutorials, ähm, verschiedene Aspekte werden vom Spiel beleuchtet, Tests. Ähm, ich werde meine Meinung schildern, ich werde euch Einwege geben. Und wenn ihr was ganz spezielles wollt, könnt ihr das auch jederzeit in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall Battlefield 4, das ist das Programm. Und ihr werdet einfach in den nächsten Tagen mehr davon sehen. Vielleicht morgen gibt es ein erstes Video, denke ich mal. Und, ähm, ich halte euch auf dem Laufenden, was sonst noch so passieren wird. Ansonsten, viel Spaß erstmal. Ich bin ein bisschen schlecht ausgeleuchtet, ich weiß, ich habe jetzt einfach mal das hier schnell aufgenommen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Tagen und ich hoffe, ihr seid froh, dass es mal wieder Content gibt auf x2-Gamazon. Jetzt sindSl RAW Leute sind mir ab 210 quasi Aber auch nicht Dehort hat coração rapport Au Dat und Juan